Jule hat mich zur Hochzeit eingeladen, ihre Eltern feiern nämlich silberne Hochzeit, ich war noch nie auf einer silbernen Hochzeit. Jule hat sogar Ayliva als Special Guest auftreten lassen, aber davor mussten wir noch Sachen von Müller besorgen. Wieso wird man direkt komisch angeschaut, wenn man mit einem Anzug irgendwo einkaufen geht? Wir sind dann auch schon zur Location gefahren und es war wirklich so ein geiles Schloss. Ich kenne solche Hochzeiten gar nicht, weil ich aus einer anderen Kultur komme. Und ich muss ehrlich sagen, diese Hochzeit war wirklich extrem schön, weil das alles extrem klein und privat gehalten worden ist. Und Leute, jetzt kam Ayliva. Tania hat dann so eine schöne Rede gehalten, Jule muss dann auch anfangen zu weinen und es war wirklich die schönste Hochzeit, wo ich je war.